Ja, hallo! So, da sind wir wieder in Path of Lichy. So, Path of Exile. Lasst uns schauen. Funktioniert der Sound? Funktioniert alles? Ja. Mir lädt dann noch rum, wie so ein Rumlader. Gut, hab mich gehört. Dann, auf geht's. Inmute mich und dann können wir Brainy das letzte Labyrinth machen. Hallo. Hallo. So, dann lass uns noch mal das letzte Labyrinth machen. Ja, warte mal, ich hol mal hier. Also zwei, drei von diesen komischen Dingern. Das geht ja jetzt selber. Sacrifice. Holger, bloß zwei, ne? Oh, da sind wir aber noch nicht reichen. Was denn zwei? Sacrifice? Hier so eine Dinger da? Ja, wie viel willst du denn machen? Ja, Moko, hab nicht so ein Schau wie du. Ja, du willst doch nicht sterben. Hoffentlich ohne goldene Tür. Soll ich kurz gucken? Ne, da ist einfach los. Warte, ich will mal gucken. Mal gucken. Mal gucken, warum findet der den Labyrinth jetzt nicht? Ne, 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 ne. Uberlap. Uberlap. Boah, ganz zum Schluss ist ein Golden Door. Naja, los dann. Mal gucken. Warte, ich schreib mir nicht nochmal kurz. Warte, schreib mir nicht nochmal kurz. Warte, schreib mir mal kurz. Mal die! Oh ja, lass die Ranger wirklich nicht so viel. Es ist gut, jeder weiß das. Es geht da ja. Ich bin da ja. Ich bin da, ich bin da ja. Ich bin da ja. Ich bin da ja, ich bin da ja. Melty? Was machst du dann mit Melting Discharge? Oder so? Na, ich würde dich dann die Tarot machen lassen, besser? Ja. Okay, dann. Achtung. Niko. Ah, so ein Name, so ein Name. Ist der richtig? Ja, ja, ich hab nur eins. Ja, du rankest schon den Slides von dem Fall eingekommen. Ist nicht schlecht, ja. Ja. Ja, sie ist zum letzten Aussehen. Ja, ich hab ja gedacht, da ist vielleicht so ein... Aber da war nichts. Da war leider ein Lixus. Lixus Dropos. Ja. 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 Ah, du kennst. Wie schnell der auch ist, ne? Hm. Ja. 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 Ist das richtig? Ja. 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 Ja, das ist nicht richtig. Ja. Ja, das sieht doch schon mal ganz vielversprechend aus. Ja. Ja. Naja, ich hab's ja noch nicht gekauft. Weißt du eine Amarylline-Co? Nee. Ich wollte ja über Ritual probieren. Was auf T1-Maps dann. Ja. Was auf Ritual jetzt gilt oder was? Nee, wollte ich ja dann noch umscalen. Also wollte ich mal machen, ja? Wollte ich mal gucken, hm? Ob ich da raus dann Amarylline ziehen kann raus. Dann Level 68 Maps. Mhm, okay. Sicher nicht über die Kosten, die Amarylline sind. 40. 45. 60 vielleicht. Warte, lass mich kurz gucken. Warte kurz. Ja, wir können auch unten rum und dann geht's weiter. Da kommen wir ja an der goldenen Tür vorbei dann. Ja dann. Mhm. Achso, du musst aber immer irgendwas gekillt haben, damit das weiterläuft wahrscheinlich, ne? Nee, 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 überhaupt nicht. Das ist einfach, also ich kriege Mana Regeneration oder Mana Leech kriege ich halt hier durch Mob-Skill. Ja. Und dann mach ich halt so Sachen wie Damage Overtime, äh, nicht Damage Overtime, aber, ähm, ich meine Over-Matter zum Beispiel, hab ich. Mhm. Warte, 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 warte. Er zieht zum Beispiel grad irgendwie nicht an. Ja, jetzt nicht sicher. Ähm, also viel Mana ist halt, also ich kann dir die Items dann auch mal zeigen, da die da relevant sind dafür. Ja. Ja, guck mal, hier ist einfach. Was ist hier? Ich zieg nicht, hab irgendwas angeklickt. Achso. Ja, hinten. Ja, so. Für den Koffer. Mit nichts. Wat dit soll, ne? Also, wat denken die sich denn? Wat soll denn der Spaß drin? Dann können sie doch gleich rauslassen. Ja. Ist ja geil, dass wir dann eine goldene Tür sehr oben schütteln können. Ja. Ne, kurz mit. Ja, wenn wir hier durch sind, kann ich dir das ja ganz kurz mal erklären, weil ich glaube, das wäre auch echt ein Schar für dich, Mago. Ich musste die ganze Zeit so an Righteous Fire denken. Machen wir nicht. Righteous Fire nur mit Damage meinst du? Ja. Ja, vor allem auch mit skalierbarem Damage. Und auch an sich finde ich jetzt nicht so einen schlechten Deal als ich bis jetzt. Also, siehst ihr hier, dass ich auch relativ viel durch komme. Nice. Und der war jetzt auch nicht so super teuer, der Chart, ne? Also, ich habe vielleicht, keine Ahnung, würde man sagen, so vielleicht 8, 9 Devices brauchst du vielleicht so Basis-Equip. Ja. Damit die so einigermaßen holen. Und dann gibt es halt so große Cluster, ihr wählt dann schon die richtigen mit 8, 7 und den 3 richtigen Stuts dann noch hoch und dadada. Das kostet dann vielleicht mal 4, 5 Devices und Teilnest, ne? Ja. Ja. Aber dann kann man ja, wenn man jetzt am Anfang noch nicht mit Maxen ist, auch auf eine flinere Variante erstmal setzen. Das ist fertig. Mhm. 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 Ja. Same color. Das ist ja auch mal. Oh! Transform a non-transfigurate skill game to be a random transfigurate version. War nicht mal irgendwie in der Game hier. Ich gehe hier vor. Ich gehe hier vor. Ice Nova? Äh, hast du Rage Vortex? Weil der Rage Vortex auf Dingsterwumster ist tatsächlich ein bisschen mit Bär. Ich hab Ice Nova High. War da manchmal was wert? Ich glaube eher nicht. Na guck mal. Transform a skill game to be a random Transpicker Jam of the same color. Aber of the same color bringt ja nichts. Man braucht ja auch of the same skill game. Ice Nova, hier. Ice Nova Frost Bowls. 126k aus. Dann hatte ich mir mal ne Bank gepackt. Of the same version. Frost Bowls muss das werden. Ja, ist hier worden. Frost Bowls? Ein Divine. Ein, hm. Ein die Beine? Hm. Ja, danke. Ja. Ja, danke. Gut. Bist du das schon aufgemacht? Ja, 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 ja. Nur mit zu bauen. Und test ich jetzt gleich mal auf der Map. Hoffentlich, wenn es mit Fortify läuft. Weil Fortify macht halt pro Stack 1% weniger 1% weniger Damage. Hm. Ich glaube 30 Stacks. Also 30% Damage Reduction direkt mal. Und 1% mehr Attack Speed pro Fortify. Also 30% mehr Attack Speed. Ja. Und das ist natürlich insgesamt schon nicht so schlecht. Achso, ähm. Hast du noch Scarabeen Moko für meine XP Farm Taktik? Die ich dir für den Schmalen Taler mal abkaufen kann? Wenn ich jetzt 3.000 Trades mache. Watt, watt, watt. Watt brauchst du denn da? Mach mal deinen Stash auf. Ich geh erstmal raus hier. Raus, raus, raus. Ist tatsächlich immer noch der beste Frost Bolt. Mit Level 1 und 0 Qualität. So, was willst du jetzt hier wissen? Äh, geh mal zu deinen Scarabs. Hm. Schade. Ähm. Ja, und zwar unter dem Harbinger. Das hier. Domination. Ne, unter dem Harbinger. Ja, genau. Das doch. Ähm. Ähm. Gibt's denn mehr die, die du da hast? Oder brauchst du die für irgendwas? Ja, alle. Und dann die beiden, äh, die 6 Breach, die du da noch hast. Da, äh, bei Breach links. In der Kiste bei der unten und dann ganz links. Nein, oder die? Ja. Nimm ich alle. Ewig der Karte. Ah, ja. Wir haben übrigens, ich weiß nicht, ob du das falsch eingezahlt hast, aber wir haben noch 21 Warhorts in der Guildenbank rumliegen. Guck mich, äh, wer jeder hingepackt hat. Ich bestimmt, ja. Ja. Ja, dann melde die mal wieder auf. Ne, Melty vielleicht auch. Melty hat die bestimmt eingezahlt. Dann die 17 Embers. Ich hab mir mal noch die 17 Embers rausgeklaut, die da noch drin liegen. Ich pack jetzt erstmal hier die Dinger da auf der Guildenbank, ja? Ah, ich brauch Scorch Ground. Nein. Äh, was packst du mir auf der Guildenbank? Ja. Ja, die Scarabene da. Ja. Für ihn mal dank. Willst du dafür was haben? Ne. Für ihn mal dank. Wollen wir jetzt wirklich nochmal 3-3-3 von den Sachen. Die kann ich jetzt erstmal nochmal abspielen und danach muss ich mir halt dann vielleicht nochmal was proben. Was ist denn Favor gewesen? Na, Favor ist, äh, dass du re-rollen kannst oben. Also, also die... Ne, also die... Rituals, ich meinte hier Rituals in Area offers 100% increased favors. Ja, du kriegst, wenn du 5.643 gesammelt hast, kannst du dafür ja was kaufen. Dann kriegst du in Zukunft nicht 5.643, sondern 100% mehr. Also... Achso. 6.200, irgendwas. Mhm. Okay. Einverstanden? Jawohl. So, muss ich erstmal hier ein bisschen, ein bisschen probieren, ja. Atlas, 3, 3... Ja, und schon halt 3-6. Wunderbar. Nein, das meine ich halt mit, muss man halt erstmal verstehen, weißt du, woran lag das jetzt, dass es nicht direkt, äh, war mit Fortify? Ja. Weil ich meine Handschuhe, die ich geprüft hab, da stand auch was mit Fortify drauf und dann irgendwo mit Exerted Attacks und dadada. Und manchmal versteht man die Sachen ja dann auch nicht so 100%, aber die damit meinen, wenn es auf Englisch ist. Ja, das stimmt, man weiß das dann immer nicht so 100%, ne. Ja. Ja. Ja, aber manchmal nicht so weit, vielleicht. Also, das Garabehlen kann ich ja auch eigentlich immer raus. Ja. 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 Als nächstes trolle ich mir noch so eine Oriaths Entit, macht noch diese Explosion Mester. Das ist ja dann so ein bisschen wie von dem Okkultisten die Explosion. Das ist ja dann so ein bisschen wie von dem Okkultisten die Explosion. Das ist ja dann so ein bisschen wie von dem Okkultisten die Explosion. Und das ist ja jetzt so ein bisschen wie von dem Okkultisten. Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Deswegen ist das einer der Gründe, warum ich jetzt den Scharfe wechselt habe, weil die Skalierbarkeit ist dann halt dann doch irgendwie überschaubar bei dem Anderen. No. Okay. 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 Oh, man. 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 Ritual complete. Oh, man. 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 Oh. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Okay, ich ended' mich ausprobieren. Ich probierEd mal kurz Miene, Stufe 77 Mops. Schmiene? Man. Au, hier guck mal. So sieht es dann aus, Dirk. Ich kann grad nicht bringen, der einen Arm Bluetooth. Ach so. Jetzt. Bis baun blink raus. ambi ist ein Element ausregulabel. Das ist nicht zu faszinierend, verstehe das nicht. Das ist Awakened Void Manipulation. Also darunter ist jetzt... wo das alles gerade gelistet wurde. Ja, aber in diesen 30 Portification Stacks ist das natürlich extrem stark. Er ist nicht zu schützen, sondern, dass er jemand von der pourtanten ist. Also gibt es jetzt einen Weg nach. Der Staat auf den Weg nach unten. Der Staat auf den Weg nach unten... Weltchaos auch verkauft für 7,8 die Valiant, das heißt ja nicht mehr Weltchaos, das heißt ja nur noch Weltchaos. Ach, haben wir Lo-Reation. Ganz noch? Im zweiten, mhm. Ist ja witzig, krass, krass. Na guck doch mal wie voll das hier ist. Warte jetzt gleich, was ich mal wiedergucken. Wahnsinn. Noch immer rollen. Null Tribute. Und? Ok. Oh. Ernsthaft? Oh. Mit Max Mana? Da hätt' ich auch Interesse dran, oder? Oh. 4 die Wein kostet das. Verkaufst du für ihn die Wein? Ja, nehm ich. Leg dir ne Geldbank bin. Ja, danke. Ihr guckt aber erstmal noch durch, ne, ob wir noch unten schwarz sind. Dankeschön. Ja, er kann nochmal rollen für Null Tribute. Ich muss auch vor allem die Synthesized Items immer schön durchgucken, ne? Ja, kann man nur noch. Wenn da irgendwie ein Curse-Enemies-on-Bit oder Plus-1-Max-Francy oder Krams drauf ist. Ja, ja, ja. Das geht ja auch immer Tiere ab. Ja, ja. 41 Mana. Sorry. Das ist richtig. Für Null Tribute Chaos Orb. Ne, mein Mann. Feuer frei. er kann noch mal für 0 das letzte runde erzählen aber jetzt kann ich mal die fahrer bald und sparen er hatte ja auch vorher nicht also ziemlich krass noch das übe ja aber nur in den links drin gewesen natürlich glück gehabt mit dem aber nur eins halt drin gewesen ja ja gut hat sich komisch gelohnt oder nein also ich habe eine logischen gekriegt kapitel die essenz dinge kriegt auf ein paar kaos gekriegt ich packte da dahin ja und mal da dahin ja mensch wahnsinn das hat spaß ja mal ich denke ich zeige dir das ameloriäische das hält mir eigentlich an sie ähm dann muss ich mir noch mal so eine scarab star ich muss mal gucken ich ne mal die hier was war denn jetzt hier ritualen hier ne ja die sind doch recht teuer ne mit den 100% favor 7 k aus kosten die dinger ja aber gut da hat man ja gesehen was da drin war ja nicht schlecht so jetzt zeigt natürlich das problem ich denke drinnen packer kann ich natürlich hier nur eh einmal weniger würfeln ne und ich kann aber auch verkaufen einfach für 5k aus das witzige ist ja dass da mana drauf haben was du mir hast und noch mana regeneration rate und ich brauch jede von diesen Sachen Ja, das ist doch schön. Freue ich mich doch, wenn ich helfen kann. Echt gut. Und dann noch Allres. 100% von... Und... Grin hier. Grin hier. Ich hab natürlich jetzt wieder meine Spur angemacht. Warte, ich ja mal gucken wollte, was ist denn jetzt hier so ein andere Rolli? Es drehen wirklich krass aus, dass das währenddessen... Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Das ist kein Strang mehr bis drücken. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, da wurden wir ja alle betrogen und belogen jetzt, ne? Ja. Mit der Allflame of Anarchy. Ja. Genau. Ciao Ritual Rewards. So, guck's dir an. Warte. Wahnsinn. Könnten sie nicht noch mehr rein stoppen. Ja. Und wann kosten die Dinger dann da jetzt, wenn du so Ruheschmarker zum Beispiel nimmst? Ja. Ja. Und doch recht viel. Ja, ja. Ja. Nee, da roll ich noch. Ich hab ja hier kostenlos rein. Ja. 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 Und dann nochmal. Die Torment ist auch nicht wert. Der Torment ist ja dort drin. Oh, das Torment ist ja dort drin. Oh, das Torment ist ja dort drin. Moment of the Death Door Ich muss vor allem auch bei den Scarabeen gucken, ob Divination oder so mit dabei ist Jajajaja Ich habe jetzt die 4 Nullman Shorts erstmal mitgebracht So und nochmal Na 10k aus sind dabei Ja Ich glaube ich die prägt erstmal die 10k aus, oder? Katalysten hast du ja wahrscheinlich auch nicht, Mirko, oder? Nicht wirklich, nee Ja So und halt wieder los Ich kann ja nur gucken ob ich gleich vertraue Boah, ich glaube da war ich nicht Alter, 10 stück kosten 1 Divine ist echt eine Schweinerei Ja 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 ne, kann ich eigentlich nur nochmal die Chaos, die für Noch die 2 Gangkataprysms mit Noch die 2 Gangkataprysms mit Also fertile Catalysts bräuchte ich Mirko Theoretisch 12 Stück 2 wären auch schon cool Weil da bräuchte ich mir nur 1 Für 1 Divine nur 1 10er Stack holen Aber nur wenn du das hast, ne? Also du musst jetzt nicht Und die Fackschläge machen Ne, guck mal Toastet bei Light? Ne Bei Metamove? Äh, bei Ultimatum ist das Das ist ein Metamove Achso, ja Ich sehe jetzt Ultimatum Fair-Tile-Hulk 1 1 kann ich hier anpacken Ja, ja, würde ich nehmen Ne, guck mal ob ich mir vielleicht nochmal Elbe und Bilbo bekomme Ja, ja Achso, ist das ja Ritual Hast du denn die Licht, ja? Mhm Ja Gut, naja, jetzt kann ich ja nicht mehr Ich zeig ja kein Ritual Skarab of Abudanz mehr Meldi, hast du noch 1 fertile Catalyst? Und Elbe Und Elbe Ja, ok Kein Problem Ich kaufe mir einfach Ich versuch's zumindest Für 2 die beiden 22 zu kaufen Und dann halt genau meine Elbe Und verkaufe dann einfach wieder Gens noch zurück Könnte klappen Ja, das sieht gut aus Ja, das sieht gut aus So, gut, jetzt kann ich wieder umbasteln So, gut, jetzt kann ich wieder umbasteln So, gut, jetzt kann ich wieder umbasteln 20% hier Guck mal Moko Und Meldi kann natürlich auch gerne gucken Für meine Mana-Stacking-Geschichte hier Moment Ich muss das auch irgendwann mal geändert haben Ich muss das auch irgendwann mal geändert haben Wie das Amulett tat ich so gar nicht inhalten Ach, Acerys Vogel Ach, Acerys Vogel Ich will nur kurz mal eine ganz normale T7-Symmetrie Mit Harbinger in Wunder Was wäre denn? Mal gucken Mal gucken, wie es jetzt überlebenstechnisch aussieht were Shouldet der Spaß gemacht hat mit Ritualen, ne? Aber das ist ja männschen teuer irgendwie Wenn die da 7 Chaos kosten, die Dinger Naja, klar Kannst du das leider nicht auf Dauer machen. Dann fahrst du dann lieber mal eine T16 Map, wo du dann... ...hier so ein Sanctuary oder so kriegst. Warum sind denn das alles für so komische Preise mit... ...mau mal die Lopper hört, ne? 44 Chaos nur noch die Sanctuary, ne? 44, 44... ...maar mal 70, 75. Haben Sie da wieder was genervt? Bestimmt... Bestimmt irgendwo den Nervt. So, mal gucken, volle Arabien und ein paar Käfer gezogen. Komm, ich hole mir nochmal ein paar, ich will nochmal ein bisschen, nochmal ein bisschen Strand machen. Damit das irgendwie immer noch überschaubar. Obwohl ich das ja auch auf einer Hohen einfach machen kann. Ich zeige ja so einen Strand und dann fehlt's. Ich kann's auch auf einer Sematary machen. Ich kann bisher nicht weiterspringen. Also, ich kann's auf einer Sematary machen. ...eine andersrum Und dann genauso... Ja, doch, auch so die und so Oh... I'm done much. Let me just move here. Ok, ok now. Ok, ok now. Ok. So, die nehmen wir. Und dann brauchen wir noch eh'n so'n... Eh'n so'n albernen Skara. Ok. Excellent. Ok. 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, Eldritch, Chaos, oh, ist er droppt. Oh, da könnte auch ein bisschen was wert sein. Wir haben halt Stern gedroppt. 34k aus. Ja. Oh Mann, tausend Mobchen mit Harbinger und so. Oh, mein Arbeitsrechner ja am Bogen buckeln. Ja, der Klo weg. Dass der dann da durchdringt. Ja, zwei Harbinger und gleichzeitig noch hier der Komische hinterhalten. Ja. 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 Wir Meinen. Ja. Ähm. Ja. Nein, sagen wir mal. Nein, guck nur hier eben durch, ne? Ist das Poison Traps? Nein, nein. Nein, nicht aus dem Platz. Also, es gibt bestimmt Traps, die du mit Poison irgendwie verknüpfen kannst, aber du hast mir kein Bild jetzt bekannt. Nein, 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 ja, genau. Bianscara... Oh, hier sind wieder die 10 Chaos drin. Der Stencing Refreshment. Dann kommt hier die Völk nochmal. Der scheint hier auch um die 10 Chaos wert zu sehen. Soul Divora. Das war doch von gestern, oder? Ja. Das war doch. Das war doch. Da schatzt. Ey, noch mal. Kilo. Oh, ein Enzchen drauf ist drin Oh, letzte Runde You got the S-dancing Das ist eigentlich ganz gut, der S-dancing-Wiru Ja, ne? Ja Also wenn du mal runter gehst im Leben, dann werden halt 75% des Schadens kurz mal abgedeckelt Ja, so, ähm, ich komm zu dir Ja, ist schon so ein bisschen Glücksspiel, ne? Was du da rauskriegst Naja Aber auch irgendwie Lust, der Glücksspiel, also das macht dann auch Spaß, sich da durchzukommen, ne? Ja, ich hatte ja schon ein paar Divines dieses Season und du kannst halt auch ein bisschen... Okay, ich meine, mit den 10 Maximum Mana zum Beispiel Das ist ja schon ein richtig gutes Item Ja Du bist jetzt hier 83, ne? Ich bin doch nicht immer 83 irgendwas hier los mit dem Schadens Also... Ah, naja, beschützen kann ich dich jetzt schlecht, aber... Guck mal, guck, wir bleiben Hier kommen wir jetzt, brauchen wir nochmal Mops, ne? Ja, du brauchst jetzt hier wieder alle Mops, ne? Oh, ich brauch's, ich geh jetzt Ja, Melky hätten wir doch mal mitnehmen können Ich weiß nicht, ob der schon eine 83er Syndikat-Dings überhaupt mitnehmen kann Der Melky, der läuft immer alles mit Vadak an Und alles mit Vadak kriegen kann Vorsicht, explodiert War knapp War knapp War's? 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 Das ist halt auch ein bisschen Exenguade-Schauen, ne? Wenn der hier einfach wegrotzt. Also Single-Target-Damage ist bei dem halt nicht ganz gut. Okay, musst du durch sein? Ja, ich geh raus. Dankeschön. Bitte, bitte. Danke, danke, danke. Danke, 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 meine Fans. Oh, Traps-Dash. Und was war drin? Neun chromatischer Moves. Mhm. Einies Trine, na super. Danke, danke, danke. Aber nächster Traps-Dash. Naja, was war das jetzt? Games 2018. 55k aus. 15k aus, seht er vielleicht. Dann lässt es stehen. Zack. 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 Das war bestimmt Melty oder so. Ja, ich hab eben mit Drop-Cutalysts. So ein Ding. Ja. Immer. Und was ist das jetzt wert hier? 33a aus? Ja. Ja. bangah mit. Rinn. Rinn. Maps? Und Reflect Elemental Damage ist ja nicht schlimm, oder? Für mich schon, ja. Ne, für mich mein ich. Also ich mach ja Physical Damage und Lightning Damage, ich glaub ich kann weder auf Flagstern nicht laufen. Ne, das ist ja Mu, ne? Das ist ein bisschen Mau Mau Mau. Ja. Aber du kannst das ja auch nicht ändern. Ne. Ach Gott. Mehr Mob Typen haben wir auch nicht draufgepasst ey. Ja. 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 Ja, aber du kannst es auf Decaschen. Ja. 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 Das war's für heute. Ja, Ritual bringt natürlich auch immer Mops, ne? Jaja, absolut. Also zum Ehen die, die da drum stehen und zum Anderen die, die da nochmal raus kommen, ja? Das ist eigentlich auch nicht so rottlich, ne? Zum Mops. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und da lagen zwölf Portaille rum. Ach, Steve. Steve ist wieder da. Mit seinem Wahn vom reinen Blut. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. von 89 auf 90 ja in dem level geht das ja echt immer noch schön ja vor allem mit der XP-Farm-Strategie aber du musst halt doofen können und die Mopsen müssen halt relativ schnell aufbiegen die müssen da noch fallen 21 Monster 22 22 22 23 24 25 25 25 25 25 31 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein. Ne, warte ich noch. Warte ich noch nicht. Oh, das ist jetzt. Okay. Noch einmal... Oh, ein Exalted ist ja noch drin. Und ein Ancient Orb. Und das nehmen wir erstmal hier. Und dann nehmen wir erstmal hier. Nehmen wir den Ancient auf. Nehmen wir schon mal raus. Nochmal würfeln. Nee, dann nicht. Okay. Dann raus hier. So. Ja, zack. Zehn. Zack, 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 zack. Jetzt können wir einfach... Wir sind jetzt wert 40. 170 trisseln. Das ist eine tolle Aussage. 40. 베at. So, was denn? U.TU.TU.TU.TUKS.TUKS.TUKS. Okay. Was da immer bei eigenen so lange dauert mit ihren Traits, wenn die dann mal kommen sollen. Ruhig mal. Das ist wirklich einfach nur so nervig. Weiß doch nicht, ist das wegen Konsole oder? Keine Ahnung. Nee, das ist ja nicht übergreifend, das war nur bei Diablo mit dem übergreifenden. Ah. Ja, aber weiß ich nicht, bin ich mit Lenkrad? Ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, wenn das so langsam ist, muss ich ja mal fragen. Hier will ja auch nicht böse klingen, aber es wundert halt immer, ne? Nicht so langsam ist. Ja. 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 Oh mein Gott. Das war's für heute. Das war's für heute. Brauchen wir noch einen Gold Rim? Und nichts wegen Pain. Das war's für heute. 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 Hast du noch Bauchwilz, Mokko? Muss ich gleich mal gucken. Oh geil. Ist auch wieder eine schlechte Runde und... Da kann ich mir vielleicht noch Kuchen, dann braucht es 8. Dann braucht es ein paar mehr. Ich weiß nicht, ob es nicht mehr aushalten wird. Hätte ich nicht mehr zu tun. Ja, nebenbei ich ja die S-Dorin mit mit. Jetzt hören wir das hier noch, das hier noch und das hier noch. Natürlich klappt. Ach. Treffen muss man das auch. Und nehm mal die Cemetery Map mit. Das ist doch nicht so schlecht. Gute Idee. So. Ähm. Lade. Ich bin auf dem Weg raus. So, was brauchst du jetzt? Baubilz? Wie viele? 72 Stück. Ja, wenn du so nach 20 vielleicht übrigen könntest. Na, sind drin. Super, danke dir. Ja. Kron of Ice, Chaos, Rinder mit. Ganz genau. Damit ich ganz gut brauche, ich frage einfach nicht Clear Denver. Ok, schon ein bisschen amortig daraus wohl ein bisschen mumpitz und punkte ja aber wie jetzt muss ich erst mal neue dinge aber spannend ist das ja ne war das spannend na ritual zu machen ach so ja auf jeden fall klar vielleicht hat er den empirian gaming wieder an den guckt ja so eine session mit alle mechanik mal durchspielen 50 maps und gucken was so ganz gut ist ja und der hatte bei ritual auch ein paar divines mit drin und auch einen bogen irgendwie mit plus eins irgendwann drauf glaube ich irgendwie fraktur ja genau nicht fraktur oder warten fraktur doch können doch sein dass ein fraktur war ich bin mir jetzt nicht mehr sicher aber das ist irgendwie für 19 divines oder so ergern also da kannst du natürlich auch theoretisch schon jackpot mit dabei haben naja genau ja genau du kannst du alles gerade drauf aufs delay biege hüllen das mehr brauchen ja 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 Das ist ein schönes Mal. Okay, Flask Setup steht. Zeig nur ein Problem, ich hab nur noch ein Chaos. Das sind so viele Probleme. Dann müsste ich mehrere Chaos haben, das würde ich nur ein Chaos haben. Oh, dann glaube ich zum falschen Import abzahlen. Gucken wir mal einfach, ob ich den noch verkaufen kann. Warte schon, ein Stück. So. Ruggel, ruggel, ruggel. Wenn das einer lesen kann, dann muss man mir sagen, was das bedeutet. Ich kann diese Zeichensprache da nicht. Malty ist Level 8? Malty, wie kommst du denn jetzt schon wieder auf Level 80? Du warst doch vorhin noch Level 60. Der macht auch die Farm-Strategie. Aber guck dir doch mal Malty an. Das ist so ein kleiner, armer Witch. Noch ohne Labyrinth. Vielleicht macht Malty auch Five-Ways. Malty, Malty, Five-Ways? Malty macht bestimmt Five-Ways, weil Malty's Rechner nicht abkackt, wie meiner. Malty. So. Cemetery 1, 2 und go. Malty damit abkackt, wie du gehst. Also, Abyss... machen. Für XP war ja Abyss auch echt gut, ne? Letzte Season, ey. Ja. Das war's für heute. Absolutly brutal. Bis zum nächsten Mal. 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 Okay, aber egal. 67% ist schon mal besser als heute Morgen 22%. Und ernsthaft? Fehlen wir jetzt wirklich hier Harabinger Scarabin? Ja. 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 Ich bringe eine neue Taktik. Jetzt stoppt die Karawane, ich kriegst nicht mal wo die Karawane hingefahren. Ja, dann stoppt sie doch mal. Genau. Boah. Genau. Boah. Bist du nicht? Nö. Bist du nicht? 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 Hier ist ein Sonnenartofakt, der kannst du da ja auch spielen. Hast du gesehen, wir haben mit 5% Dings Synthesist. Ne, hab ich auch nicht gesehen, woher ich hier ein bisschen... Weil du hier oben bist. Ich weiß schon. Oh, was ist denn da nicht gekommen? Bleeding. Oh, Mann, ey. Bleeding, was mach ich denn neben Bleeding? Das ist ne gute Frage. Bleeding Immunität. Bleeding... Ich hab doch nichts mehr, Mensch. Bleeding liegt irgendwie... Nix mehr. Hält die. Dann schaut da mal sein Y-Skill mit Anti-Bluten. Nein. Oh, das könnte man wirklich brauchen. 1... 2... 4... 1... 2... 4... 1... 2... Check-Go. Nun, jo. 31. 1... 2... Check-Go. Ja, Check-Go. Ja, Check-Go. Tension-Chart Explore. Hu, hu. Wucht. Longe-Ener. Okay. Das ist auch eine Ancient Shard-Explosion. Jetzt, wo sie nichts mehr wert sind. Na, die sind wirklich runtergegangen, ne? Absolut die Wute. Ja. 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 Okay. Stimming invitation, Michael. Absolut wie mittel in der Apothecary ist auch nicht wert Was sind denn jetzt hier diese Maps eigentlich, Red Mobility, Sanctuary und Erdipton? 40, schau aus Wie denn? 40 40? Ja War ja nicht mal 75 Chaos und 80 Chaos wert Hm, vor 2 oder 3 Tagen war das noch mal Ich weiß es nicht, da haben sie wieder irgendwas gemuffelt Ich sehe hier nur irgendwelche Preise in Schüssel Ich weiß auch nicht, warum da Preise in Schüsseln angegeben sind Ja guck mal ich hab meine Sanctuary für 60 Chaos grad drin gestellt Ich krieg sofort ein Wettbewerb Ich krieg sofort ein Wettbewerb Ich krieg sofort ein Wettbewerb Ich mach das eine Wettbewerb Ich hab das eine Wettbewerb Ich hab das Ding zu dem Stamotto ... ...Level lohn wir jetzt gerade in Chow, oder was? Naja, ja, natürlich sagt er ist irgendwie bei seinen Eltern und... Ja, stimmt ...erzählt, dass er... ...machenst du oder wheelchair? ...Wurther Dasselie Waren ...wann ...wege ...wann 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 Das war's. So, was haben wir jetzt hier drin? Und den Hunterring, super. First Enemy Despair Wizard. Aber das hilft leider nicht. Vielleicht wird's hier ein Chaos los, weil's ein Hunterring ist. Und guck mal, Kai Haidt auch drin. Spare Medi-Bilden. Ich will erstmal noch durchschauen. Lightning Damage. Hoch machen, die Firm. Bye-bye. Bye-bye. Oh. Ein potenter Resonator. Ja, ich hab mich jetzt entschieden, ich werd meinen anderen Schaden nicht irgendwie Clean machen. Und wenn ich jetzt z.B. Katharina machen will oder irgendwelche Bosse, dann ist das halt schon deutlich besser besser. Ja. Mein Mapping Char und der andere halt der andere. Ja. Elvage Orb of Annulment ist hier drauf. Auch als Schwingel-Item. Auch als Schwingel-Item. Weil ich hab auch bloß 30 Karte oder so. Von Dider. Das war's. Moment of Blanching 38 Chaos Confirming erstmal, äh, die Völk erstmal nicht Confirming Defirming immer alle tief fern und am Ende kurven Oh... 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 So... Jetzt... Mal hier nochmal, Omen of Return, Ancient Shards, Adventus Gamble war auch so krass, ne, letztes Season Dirk? Ja, ganz schön. Und wie überhaupt kein Utd mal rein gekommen ist. Ja. So. Dann nehmen wir das hier, raus. Und dann die Fern. Ja, dann können wir noch mal kaufen. Ja, wir können ja noch mal kaufen. Kai aus der Kiste kann ich noch kaufen. Man kann jetzt auch hier so in die Runde nehmen. Ja, 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 ja. Da hatte ich ja die Pert, dass da hinten kommt dann zum Schluss. Ja. Also ich zeig, habe ja mal ein Utd Omen gekriegt. Blancing. Omen of Blanching. Ja, das Problem ist halt, dass die Omen grundsätzlich halt nicht mehr so viel wert sind, ne? Naja. Dass du nochmal so Omen of Fortune oder Omen of Linking da irgendwie findest. So viel bringen die halt leider alle nicht. Na, weil es ja auch andere Methoden gibt, ne? Um die Sachen ranzuholen. Ja. Ja. Hast du hier sehen? Ja und Divine ist nur noch 120k auswert. Hm, ja, ja, ist verrückt. Aber du, da hat Melty dran schon. Melty hat das gemacht? Ja, das Basic. Ja. Wenn man auch schon den 17. Schar jetzt spielt. Ja. Ja. Ich hab nen, äh, Kartografie of Duplication. Hier, 5, 6. Oh, was ist der denn? So, da, 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 da. Hm, so. So. Ja, Melty hat da wieder seine Finger im Spiel gehabt, das Basic. Da haben wir ne Invitation wollen sie alle haben. Die Da da. Für mich mal ö- Mit dem, wie geht's weiter? Der war auch Lausen im Kopf. Na mein, ne, 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 ne ne. Ne ne, 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 ne. Ne ne, ne ne. Ne ne, ne. Ne. Ne ne, ne. Ne, ne, ne wo wir es auch. Ne. Ne. Ne ne. ja ne meinstig besteißig hier bei einer screaming invitation oder wat mann 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 nicht mal löten können auf lausen kommt ja 20 40 60 80 ja sieht man es wieder mal retten ihren freund mike die nennen ja ens die nennen ja ens ja ja Das war's. Maybe claiming Kaisel jetzt ist, weil ich hier Players have 43% less area of effect. Oh, dieser Mob-Typ, der dir dann immer irgendwie dein Leben so nur noch auf dem Viertel dir macht. Ja. Dieser Mod, da kriegst du auch immer einen halben Herzinfarkt. Solpita! Das war's. Das war's. BK FK MAAAach Fuck you echt ey Blutung? Nee, mein Dick ist abgeloben und grad Schrein-Strategie macht besser, grad eigentlich nur wie alle Schreine fertig gehabt und dann bei ersten Rechtskick zu machen, das wird wieder aktiviert und halt die meisten Schreine schon weggesammelt. Oder Schreine ist halt schlecht mit XP sammeln. Also vermuzzelt. Ich habe die Schreine nicht mehr. Ich habe die Schreine nicht mehr. Ich habe die Schreine nicht mehr. Ja, wenn du noch kein Amadellumon hast, na? Amadellumon? Amadellum? Sie sind jetzt gerade flüten, da vor mir fliegen. Hier ist etwas besser, aber nicht so vieleы... obenloof, runterloof, mauern schießen mich nicht tot irgendwie so ein bisschen nervig wenn du dann reach irgendwie eigentlich nur im kreis loben willst und dann aber nicht kannst weil ja meldi macht doch auch da immer dünn oder? das ist viel besser hier mit dünn also favorite map auf dünn dann halt einstellt besser oh Gott, ihr droppt die waren gerauft aber man hat doch nicht ganz so schlund das ist bestimmt aber ich schrei nicht jetzt kriegst du halt auch immer noch extra power für den Char jaja mehr crit chancen, mehr attack speed, mehr shielding und so fortschritt ist auch gedroppt vielleicht noch nicht so schlecht dann auf dünn, wenn du da fortschritt auch mal trocken kannst fortschritt ist ne youtube krank ob es mir die übereinlandt und dann mal auf jeden Fall weiter um so oben das �� wie leider hier hier Try and provide such a monster. I don't know. So, virtual. Was gibt's hier? Also auf jeden Fall ne Shaper Map Hydra, die waren wir ja. So, go. So, go. So, go. So, go. So, go. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. 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 Das war's.